Hallo, ich bin der Stefan von Wermit24 und ich stelle euch heute unser neues Produkt vor. Ein Tab, womit ihr alle eure HALC Mikrogeräte verbinden könnt über eine WLAN-Verbindung. Es ist super klein, sehr schmal, sehr leicht, beschichtet mit einer Spezialfolie, die reflektionsfrei ist und rot getönt, damit ihr, wenn ihr draußen seid, nicht geblendet werdet. Was ist der Vorteil dabei? Dieses Tab in Verbindung mit eurem Wärmbildgerät habt ihr den großen Vorteil, dass ihr ein viel besseres und klareres Bild habt. Ihr guckt nicht mit einem Auge durch das Okular, sondern mit beiden Augen auf das Tab, was natürlich viel entspannender ist, wenn ihr draußen lange auf Ansitz seid oder wenn ihr auch pirscht und euch mal kurz irgendwo nieder tut. Ja, dazu gibt es eine coole Halterung, die ihr an der Kante befestigen könnt. Die ist sehr flexibel, ja, aber nicht auch einfach zu bedienen. Die ist zusammenschiebbar, wunderbar. Also in Verbindung mit dem Tab, auf jeden Fall praktikabel. Ja, ansonsten, jedes Gerät ist mit diesem Gerät, mit dem Tab verbindbar von Lenovo. Das Tab selber hat auch noch eine Kamera hinten auf der Rückseite, wenn ihr doch mal ein Bild machen wollt, über die HALC Mikro App sind die Geräte auch schnell verbunden. Und ja, ihr werdet halt nicht so schnell müde draußen und demnächst auch bei uns als Bundle verfügbar. Ja, in diesem Sinne, Weidmannsheil! Ja, in diesem Sinne, Weidmannsheil! Das Tab, die